Musik Wir haben leider keinen Ort mit einem Y bei uns im Wahlkreis. Aber dieses Y hat mich erinnert an den Slogan von Barack Obama, Yes, we can. Dieses Yes, we can steht nicht nur für seinen Wahlsieg 2008, sondern auch für viele Wahlsiege der SPD. Wir haben es oft geschafft, in den letzten Wochen zu mobilisieren. Sprechen Sie Ihre Mitbewohner, Ihre Familien, Ihre Freunde, Ihre Nachbarn, Ihre Kollegen an, zur Wahl zu gehen. Nutzen Sie diese Chance, Ihrer Stimme ein Gewicht zu geben. Für die, die den Mindestlohn wollen, die können ihn bei Rot-Grün bekommen. Wir wollen ihn im Februar 2014 umsetzen. Wie die Stimme an die Linke gibt, ist eine verschenkte Stimme, weil die Linke nicht an die Regierung kommt, die den Mindestlohn umsetzen kann. Deswegen wähle ich um Ihre Stimme für den Wahlkreis Dessau, Rosslau und Wittenberg. Geben Sie mir Ihre Stimme am 22. September für eine starke Region im Deutschen Bundestag. Und wenn Sie möchten, folgen Sie uns weiter durch den Wahlkreis und durch meine Themen. Herzlichen Dank. day. cripple. Danke, danke. Danke schön. melody.